Moin Leute, was geht? Und ihr seht's wieder richtig, ich bin Rank 3. Ich bin Rank 3. Endlich hab ich's geschafft. Gott sei Dank, Junge. Endlich kann ich wieder Matchmaking talken. Und wie ihr seht, ist sie natürlich... Was werd ich hacken, Junge? Diesmal gibt's keine Aufwärmphase-Runde und ohne Aufnahme. Ich werd jetzt jedes verkackte, verschissene Game aufnehmen. Auch wenn wir losen, ist mir scheißegal, Junge, damit ich einen Beweis hab, dass ich nicht hacke, ja? So. So, gönne ich mir nochmal einen Schluck, ne, Energie und dann würde ich sagen, ist der Lucifer auch wieder da? Und was spielen wir natürlich? Eine Runde Matchmaking Office. Jetzt pass mal auf, wie schnell ich level hier. Ui, 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 ist das geil. Ja, das kann mir ja egal sein, ne? Ready. Ready. Mal gucken, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, Matchmaking. Und, 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 was sind wir? Wir sind Tee. Geil. Ja. Es geht, also es geht. Tee mag ich eigentlich. Muss ja jeder für sich selbst wissen, ne? Gucke mal. Hier bin ich. Mongo. Ja, Leute, ähm, viele haben sich halt gewünscht, Dings wieder, CSGO. Ging ja halt die ganze Zeit nicht. Jetzt kann ich's endlich wieder. Und diesmal, ihr Huren-Söhne, wenn ihr mich noch mal bannt, gell? Ich sag's euch hier, Junge. Der eine Account, der eine Account ist ja auch schön und gut. Okay, kann ja mal vielleicht passieren, weißt du, durch Overwatch. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass ich's nicht gemacht hab. Aber wie gesagt, ich werd jetzt jedes Game recorden. Und ich werd nie wieder privat so ohne Aufnahme zocken. Und wenn ihr mich noch mal bannt, ja? Dann schieb ich euch sowas von dieses Beweisvideo in die Fresse. Jo, ich geh dann so weit, dass ich Steam verklage, ne? Oder Valve. Mir ist scheißegal. Einfach sinnlos, äh, Leute bannen, ne? Ist, äh, nicht so geil. Wir haben hier wieder auf jeden Fall ein Fotzenweib im Team. Also, ein Gegnerteam, sagen wir mal so. So. Fresse. Ja, Oberbrust ist jetzt nett, aber... Sagen wir mal, wir sind gut. Ja, meine Skins sind natürlich auch alle weg. Sind futsch. Ja, pff. Musste ja nicht sein, ne? Also... Annehmen tue ich sehr gerne, aber ich werd mir auf jeden Fall irgendwann die Nemesis holen. Oder welche findest du denn am geilsten von der MP7? Ja. So, wie geil ist das jetzt wieder Office zu spielen? Fünf gegen fünf. Treppenhaus, sagst du? So, da ist der erste Headshot. Ist der zweite Headshot. So, wo ist der dritte Headshot? Da ist einer. Warum kann ich mit der Glocke jetzt so gut umgehen, Alter? Ohne Spaß. Ich weiß, aber ich hab jetzt eben voll die Headshots geleitet. Hast du das nicht gesehen? Long. Ich hab auch Skins gehabt, schon gewonnen. Was macht der da? Oh, Fotz gegen Fotz. Oh, das wird interessant. Das wird sehr interesting. Der ist lang. Wieso? Ja, Junge, was machst du da? Digga. Der ist schon lange weg. Du brauchst doch gar nicht mal langsneaken, Junge. Aber Geisel befreit. Gibt's. Jetzt dückte ich doch. Oh mein goodness. Oh. Nice. Hätt ich nicht gedacht. Hätt ich echt nicht gedacht, ey. Wir wollten ja, Leute wollten, dass ich die UMP spiele. Kann ich jetzt hier machen. Ich wollte, wie gesagt, nicht wirklich die Dings aufnehmen. Die, ähm... Die, die, die... Ja, genau. Weil das ist das größte Abshit. Das größte Shit. So, also hier draußen ist schon mal nix. Also die müssen schon mal hier im Treppenhaus welche sein. Nein, was kommt denn dieser Hurensohn jetzt schon wieder und messert mich? Junge, kommt der so... Kommt der so angerannt, Junge, mit seinem Schwuchtelmesser, Mann? Auch die ganze Zeit bei den anderen Matches, Junge. Messern die mich alles. Was ist denn los, Junge? Wieso kommt der da so rausgerascht? Meint, er könnte irgendwas... Was? Ich sehe schon wieder, wir haben wieder ein Noob-Team, Junge. Das ist nicht eingerankt. Ich bin nicht eingerankt, dann weiß ich ganz genau, was für Gegner oder was für Mitspieler wir haben. Ja, ganz genau Silber. Und da wollte ich eigentlich nicht nochmal hin. Ja, aber wollte ich nie wieder hin, weil genau deswegen... Die sind jetzt... Haben die zwei jetzt geholt? Ich hoffe es, Alter, ich hoffe es. Äh, MP7 am Start, am Stissel. Mhm, dann werden wir die Runde holen. Ist ja die andere Frage noch. Ich hoffe es einfach. Ich sehe es jetzt mal nicht so negativ. Ich soll mich ja nicht so aufregen. Mö. So. Ja, natürlich. Ja, genau. Alles klar. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Die ist doch schon am flüchten. Ja. Das bringt dir nix mehr. Wenigstens hat er ihn noch geholt. So, nehmen wir mal die UMP wieder. Ich mag die eigentlich nicht so hier in CSGO. Weiß nicht. In MW2 ist die überpowered. Das stimmt. Ups, sorry. Ja. Ich wollte eigentlich das... Ich wollte das Fenster eigentlich anschießen. Da war einer. Ja. Aber der scheint eine Afe zu haben. Nice. Nice. Ja, super. Junge, was... Wieso sterbt ihr jetzt alle auf einmal? Please don't rush. Camp. Ich camp jetzt die hier, die Geisel. Ist zwar nix spannendes. Ausrüstung. Na, der Sessel hat auch schon besser sein. Ja, aber... Na, der Sessel hat auch schon besser sein. Wo ist denn, wo ist denn der? Bitsch. Wolltest du die Ava haben? Was hat denn der für dreckige Füße, Junge? Scheißgeißel, was für dreckige Füße die hat. Ekelhaft sowas. Ja, nice, top. Again. Ja, du müsstest doch langsam begreifen, dass die Geisel, äh, dass der da ist. Oder nicht? Ach, du Fotzengesicht! Ich wollte gerade sagen, guck links. Ja, mach schau. Deine Yu-Gi-L-Karten, öh. Ja, damals hatte ich auch viele. Ja, natürlich. Hast du ein bisschen lang gewartet, mein Freund. Hättest du mal schneller gemacht. Ne, McTennen. Hm, ich sag's dir. Die Runde, die Dusen wäre. Ja, ich sag's dir. Ja. Dann. Ja. 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 Alter Junge Hast du die Reaktion gesehen, Junge Guck, ich hab gleichzeitig noch E gedrückt und seine Waffe, glaub ich, in der Luft aufgefangen, Junge Das war so unerwartet, dass der da kommt, ich dachte, da kommt keine Sau So, wo war der? Der war da hinten, ne? Oh, scheiße, ich krieg jetzt, oh, nein Ich krieg ja ne Strafe, auch, wusste ich gar nicht Junge, von meinen 4000 ist 0 Ulfri Ich dachte, du kriegst noch ne Strafe, wenn du Anti-T bist Scheiße, Junge Ja, wenn wir verlieren, da hinten einer bei Window Treppe, Window Nein, mit der P90 Ja, ja, könnte sein Ja, mal gucken Nice, nice Aua, scheiße Schade 15,6 hat er, Junge Nee, ich nehm mir Weapon Na, Echo Ja, alle machen Echo, außer du Alles klar Ich geh einfach mal hinter den Kühlschrank Warum rasten, du? Warte doch einfach, bis die kommen Die müssen kommen Ja, scheißegal, lass die campen Die haben ne Zeit, nicht wir Lass die einfach chillen, gammeln Lass die machen, die müssen kommen Das ist immer unser Problem Das ist immer unser Problem Lange 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 Das ist so, sag ich doch. Lass die einfach chillen. Chill, guys, chill. Ja, campen einfach, chill einfach. Die müssen kommen. Deswegen liebe ich AT, weil du einfach auf Zeit spielen musst. Ist doch egal. Die müssen kommen, fertig. Lass die so lang campen, wie die wollen. In der Window war einer. Toll, jetzt habe ich wieder ganz viel Minus bekommen. Nice. Jetzt habe ich wieder ein Minus bekommen. Nehmen wir mal die Diegel. Ciao. Vielen Dank. Eine Geiselwurde. Lol. Lol. Hat keiner aufgepasst? Lol. Lol. Okay. Ich dachte, die gucken mit der RWP da durch, durch die Kitchen, so hier den Gang, aber scheinbar so. Muss ich halt wieder hier chillen. Okay. 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 Vielen Dank. Letzte, weißt du wo? Letzte, weißt du wo? Irgendwo hier, glaube ich. Vielen Dank. War mir so klar, Junge. War mir so klar. Brrrr. 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 Hast du scheiße gemacht? Sicher? Okay Nice Bestimmt im Treppenhaus Büro wahrscheinlich, oder? Aua Wo sind die? Aua Aua Wo sind die? Aua Wo sind die? Aua Wo sind die? Guckst du so blöd, hä? Ähm, nehm ich auch mal ne Auto-Sniper, ne? Oder was hältst du davon? Gute Idee, oder? Jetzt, was? Warum lässt er die fallen? Was, ein Mungo Wo wetter Died, O? feet 8 9 und 11 11 12 15 18 19 20 Na ja, hast du gesehen. Auf, ja. Hm? 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 Das ist für gar nichts, oder? Null zu gebrochen. Genauso wie null Euro, oder wat? Genauso wie null Euro, oder wat? Okay, dann weiß ich hab ich halt. So, mal gucken, ob das jetzt hier Funktion schnuddelt. Nice, stopp. Nö. Hier ist einer. Ja, natürlich. Tötet er mich? Nimm die Geisel. Sechs Klau, genau. Keine Ahnung, da. Nice. UMP wollten die meisten. Naja, die meisten wollten aber UMP sehen. UMP! Ne, ich nehm aber UMP. Ja, natürlich ist die besser. Dann sag ich auch nicht so. Geht. Nice. Kampfs bisschen, na ja. Hätte schneller gehen können, aber na ja. Bitteschön, dankeschön. So schnell geht das. Nice. Nova. PTT christigan damit. Noob don't block me. N. Wer? Ich will noch was kaufen. Grenade, Splendgranate. Ne. Jetzt nicht mehr, denke ich. Top. Ach, bitch. Kitchen. Kitchen lost, ey. Ich hätte ihn, glaube ich, gemessert. Ich hätte ihn, glaube ich, gemessert. Ja, klar. Nehmen wir die... Die Pro 90. Nehmen wir nicht. Wir nehmen die MP7. Okay. Vielen Dank. Thanks. Vielen Dank. Bitte. UMG. AVP hier. AVP hier. Decoy ist out. Bam, bitch. Läuft dir nicht einfach so lange, ja? Schade. Schade. Hot Stitch, it's coming out. Bam, bitch. Ich... Oh, ja, das ist abgesmockt haben. Lassen. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Hopp. Nice. Nice. So möchte ich das sehen. Nice. So möchte ich das sehen. OMG. 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 Und jetzt sagen die immer, oh my gosh. Aber jetzt sagen die doch immer, oh my gosh. Warum? Hm. Haben die sich das jetzt anders angewöhnt oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist ein bisschen. Aber jetzt schauen. Wenn Sie sich das dann bei dir schon mal fragen, oder wie das andere? Ich komme jetzt bei dir schon mal fragen. Ok. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Garten. Ja. Willst du die Auge haben? Was ist das für eine? Herr Satz. Willst du die Auge haben? Okay. Wie du da meinst. Overladies. Over, overladies. Ladies, ladies. Weht immer versuchen in den Gang zu kommen, ne? Aber ist nicht schaffen. Der hat... den... hast du ihn? Hast du ihn? Nice. Thanks for playing. Guck dir diese EP an, Junge. 1440 plus 480. Digga! BAM! Das hätte ich schon mal gebraucht. Hä? Gewinnen sie neun weitere, werde ich mir um einen Skillgruppen anzeigen zu lassen. Wow. Ich muss neun weitere gewinnen, damit ich erst eingerankt werde, oder was? Oh, geil. Na ja, Leute. Das soll's erst mal wieder gewesen sein von CSGO. Ah, bin wieder froh, dass ich mal wieder... Competitive ist so scheiße und schwül. Schwül! Richtig schwül! So wie das Wetter manchmal. So richtig schwül! So. Das soll's von mir gewesen sein und von ihm. Haut da rein! Euer Flo. Euer Lucifer. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein! Bis dann. Bis dann.